Okay, ja, dann nochmal willkommen. Mein Name ist David Rabel, wo haben wir es hier? Von der Firma B1 Systems und der Vortrag heute geht um Container-Orchestrierung in der Cloud für Profis. Das heißt, ein bisschen reißerischer Titel. Ich habe gehofft, mit so ein paar Buzzwords noch ein paar mehr Leute hier hinzulocken, aber es hat nicht ganz funktioniert. Ist schon ein sehr spezielles Thema, sage ich mal, auch wer den Untertitel sich da mal durchgelesen hat. Es geht also um OpenStack Kubernetes und nochmal spezieller um eine Komponente von OpenStack, nämlich OpenStack Magnum. Und wie man quasi an der Implementierung davon herumschrauben kann, um die an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, es geht schon wirklich relativ speziell rein. Ich werde aber trotzdem versuchen, auch wenn wir nur eine Stunde Zeit haben, das irgendwie relativ low zu starten. Also nochmal ein bisschen die Basics zu erklären. Nur ich werde es halt dann relativ fix machen. Genau, kurz was zu mir. David Rabel, wer bin ich? Ich bin mittlerweile 30 und irgendwie seit meinen Teenagerjahren irgendwie mit Linux und Programmierung und sowas beschäftigt und habe seit zwei Jahren den Job als Linux-Consultant und Trainer bei der B1 Systems GmbH. Das heißt, vorher noch ein paar andere Sachen gemacht, Softwareentwicklung und auch mal eine Zeit lang ganz raus aus dieser IT-Geschichte. Aber immer so ein bisschen IT-affin gewesen, immer so ein bisschen Free Software, Open Source-affin gewesen und bin da relativ froh, das jetzt auch wieder jobmäßig machen zu können. So, die Firma möchte ich auch noch kurz ein paar Worte zu sagen. Also B1 Systems, die quasi in deren Arbeitszeit ich diesen Vortrag vorbereiten durfte, wurde 2004 gegründet und wir machen so alles rund um Linux und Open Source. Das heißt, in dem Fall, OpenStack gehört eben auch dazu, das ist dann so mein Steckenpferd. Aber wir machen im Prinzip alles rundherum, von Consulting über Entwicklung, über Schulungen und so weiter und so fort. Anfangs halt vor allem in Deutschland, mittlerweile international und weltweit. Das hört sich immer so groß an. Das meiste ist natürlich weiterhin im deutschsprachigen Raum. Wer Interesse an der Firma hat, ich möchte da gar nicht so lange drauf eingehen, der kann auch draußen bei uns mal im Stand vorbeischauen. Ist eigentlich ein ganz cooler Arbeitgeber, also falls jemand noch einen Job sucht. Gut. Unsere Schwerpunkte sind eben, wie gesagt, sehr weit gestreut und ich habe mich hier in dieser Cloud-Ecke irgendwo eingefunden in den letzten zwei Jahren. Das heißt, was ich primär mache, ist OpenStack. Natürlich hat man da immer noch ein paar Sachen drumherum. Das heißt, auch mit Cev darf ich viel arbeiten und auch mit Kubernetes komme ich immer mal wieder in Berührung. Das heißt, hier aus der Container-Ecke auch das eine oder andere. Gut. Wie wird das jetzt aufgeteilt sein? Erstmal möchte ich euch erzählen, wie es überhaupt zu diesem Vortrag gekommen ist. Also was ist quasi die Geschichte dahinter? Was ist so ein bisschen der Use Case oder warum sollte das Thema überhaupt irgendjemanden interessieren? Dann möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was ist eigentlich OpenStack? Was ist eigentlich Kubernetes? Also nochmal so ein bisschen die Grundlagen schaffen und dann ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Also was ist diese OpenStack-Komponente Heat? Was ist die OpenStack-Komponente Magnum? Wir haben eben zwei Komponenten, die hier für uns dann sehr wichtig sein werden. Und was war die konkrete Problemstellung? Das heißt, das hier basiert auf einem Problem, was wir beim Kunden hatten und was wir quasi lösen mussten. Und dann geht es nochmal sehr speziell rein. Wie sind Magnum-Treiber implementiert? Was ist überhaupt ein Magnum-Treiber? Und was haben wir da gemacht beim Kunden? Was waren die Anpassungen, die er gerne haben möchte, wollte? So, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und dann geht es gleich los. Also das Ganze kommt, wie gesagt, aus der Praxis bei einem Kunden. Kunde benutzt OpenStack als Cloud-Umgebung, hat also quasi so eine interne Cloud und möchte jetzt auf dieser OpenStack-Landschaft Kubernetes drauf deployen. Das heißt, er möchte quasi virtuelle Maschinen in dieser Cloud benutzen, um darauf einen Kubernetes-Cluster aufzubauen. Und da gibt es eine Komponente OpenStack Magnum, die das quasi so halbwegs automatisiert für einen durchführt. Und das einzige Problem, was man da hat und was uns dann auch begegnet ist oder als eines der Probleme ist, dass OpenStack Magnum relativ starr ist. Das heißt, die Implementierung, wie dieser Kubernetes-Cluster auf diesem OpenStack drauf deployed wird, die ist relativ starr programmiert, relativ fix einprogrammiert. Und schon wenn sich irgendwie die zugrunde liegende Linux-Distribution ändert, eine neuere Version oder sowas, kann es sein, dass es halt nicht mehr funktioniert. Und das ist leider nicht so modular aufgebaut, dass man es halt dann einfach patchen kann oder sowas, sondern man muss dann tatsächlich gucken, dass man immer die richtige OpenStack-Version hat zur richtigen Linux-Version. Oder welche Distribution man auch immer im Einsatz hat. Bei uns geht es da um Fedora. Das heißt, dass wir quasi ein neueres Fedora-Image benutzen wollen mit einem älteren OpenStack und das führt dann zu gewissen Problemen. Und das ist leider wirklich so verschachtelt da drin, dass man da quasi an den Quelltext ran muss, mehr oder weniger. So, das heißt hier, das OpenStack-Release heißt Newton. Ich werde gleich nochmal was zu dem Release-Cycle von OpenStack erzählen. Hier steht schon mal dabei, ist es nicht ganz neu. Gut, welche manuellen Anpassungen sind also da interessant? OpenStack, was ist das überhaupt? Wer von euch hat schon mal mit OpenStack gearbeitet? Okay, so die Hälfte ungefähr. Also OpenStack ist eine Cloud-Computing-Plattform und zwar überwiegend im Bereich Infrastructure as a Service. Das heißt Infrastructure as a Service als Begriff, was wir in dieser Cloud zur Verfügung stellen oder die Ressourcen, die uns die Cloud zur Verfügung stellt, sind halt so typische IT-Infrastruktur-Ressourcen. Das heißt, wir wollen uns quasi virtuelle Maschinen zusammenklicken, also Server oder wir wollen uns Netzwerk-Ressourcen zusammenklicken und so weiter und so fort. Also das bietet OpenStack so grob an oder irgendwelche Storage-Ressourcen, irgendwelche Volumes und so was. Im Vergleich zu den anderen beiden Begriffen, die auf dieser Skala noch wären, Platform as a Service, wo man schon so ein fertiges Paket mit Programmbibliotheken und allem drum und dran hat und dann nur noch seine Anwendung drauf entwickeln muss. Oder noch einen Schritt weiter Software as a Service, wo komplett die Anwendung quasi schon in der Cloud vorgegeben ist und man möchte nur noch remote darauf zugreifen, anstatt das Ganze lokal zu installieren. Aber wie gesagt, wir befinden uns hier im Bereich Infrastructure as a Service, das heißt, was eigentlich von der Cloud zur Verfügung gestellt wird, sind hier diese typischen Infrastruktur-Ressourcen wie virtuelle Maschinen, Netzwerke und so weiter. OpenStack steht ja unter der Apache-Lizenz, das heißt, das Ganze ist auch freie Software beziehungsweise Open Source und ist in Python geschrieben. Das finde ich insofern nochmal interessant zu erwähnen oder das erwähne ich immer gerne nebenbei, weil in OpenStack die Hürden relativ niedrig sind, um auch was zum Quelltext beizutragen. Das sehe ich zumindest so. Das heißt, einmal ist Python eine Programmiersprache, mit der man eher schnell zurechtkommt, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein langjähriger Softwareentwickler ist. Und andererseits ist auch so dieses Ganze drumherum, die Toolchain, sage ich mal, relativ modern. Das heißt, man hat da gute Tools für Continuous Integration, Code Review und so weiter und so fort. Das heißt, es macht Spaß, selbst wenn man da nicht so tief drin ist, ab und zu einfach mal so einen kleinen Patch einzuspielen. Genau, das sage ich immer ganz gerne noch dazu, weil ich es immer schön finde, wenn man da auch an der Software, die man jeden Tag benutzt, auch ein bisschen mitbasteln kann. Gut, dann zum Release Cycle, damit wir dieses Newton-Release mal so grob einordnen können. Es gibt zwei Releases im Jahr, das ist relativ viel, meiner Meinung nach. Das heißt, gerade für so eine Software, die so im Enterprise-Bereich viel eingesetzt wird, von großen Firmen viel eingesetzt wird, für die ist zweimal im Jahr irgendwie fast Lichtgeschwindigkeit. Und die Releases haben immer so eine Versionsnummer, hier zum Beispiel 2010.1 war die erste und dann geht es eben weiter 2011.1, 2011.2 und so weiter. Und außerdem haben die immer noch so einen Codenamen, der alphabetisch durchnummeriert ist. Das heißt, mit Austin hat es angefangen und wir befinden uns jetzt hier bei dem Vortrag bei Newton. Die aktuelle Version ist Queens, beziehungsweise sind eigentlich schon kurz davor, dass Rocky released wird. Das ist jetzt insofern interessant, durch diesen eher schnellen Release Cycle, wo sich durchaus auch Dinge ändern können, haben wir jetzt die Situation, dass wir bei vielen oder im Produktiveinsatz sehr oft OpenStack-Versionen haben, die nicht mehr so ganz frisch sind. Das heißt, offiziell werden diese OpenStack-Releases immer ungefähr ein Jahr lang oder ziemlich genau ein Jahr lang supported. Danach sind sie end of life, aber es gibt halt eben dann irgendwelche Unternehmen, die basteln dann Produkt raus, die üblichen Verdächtigen eben und pflegen das dann natürlich entsprechend noch weiter und machen dann ihre eigenen Support-Verträge drumherum. Aber es ist dann so, die nehmen auch nicht gerade das Release, was gerade frisch rausgekommen ist, sondern die warten dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr oder so. Dann machen die da ihr Produkt raus und dann wartet der Kunde vielleicht noch mal ein halbes Jahr, bis er das Produkt dann kauft. Und dann hat man schon ein OpenStack-Release, was vor einem Jahr released wurde und was gerade end of life ist. Und dann läuft das ja normalerweise auch nicht nur ein paar Monate, bis man auf das nächste upgradet, sondern es läuft dann ja erstmal ein paar Jahre und wird im schlimmsten Fall einfach so laufen lassen, weil es halt funktioniert. Das heißt, man hat ganz oft die Situation, dass man halt OpenStack-Releases hat, die schon ewig alt sind. Das ist für uns dann wiederum interessant bei so einer Komponente wie Magnum, die eben sehr statisch ist. Da ist das ein Problem. Genau, die gerade erwähnten Produkte, die daraus eben gemacht werden, wie zum Beispiel die SUSE OpenStack Cloud, Red Hat OpenStack Plattform, Mirantis Cloud Platform, Canonical OpenStack. Das heißt, das sind auch wieder so die üblichen Verdächtigen aus der freien Software-Open-Source-Welt, die dann halt für den Kunden das Ganze schön zusammenfassen. Das heißt, die picken sich dann irgendwie die OpenStack-Komponenten raus, die normalerweise wichtig sind. Für die meisten Use-Cases packen noch ein paar andere Software drumherum, die oft gebraucht wird und noch einen Support-Vertrag dazu und verkaufen das Ganze dann. Gut, der Aufbau von OpenStack ist sehr stark modular. Das ist vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen jetzt die ganze Zeit. Das heißt, wir haben sechs bis sieben Kernkomponenten, die man eigentlich schon in fast jeder OpenStack-Installation benötigt. Und alles andere sind irgendwelche Komponenten, die noch drumherum deployed werden können oder nicht, wie zum Beispiel Magnum, was man nicht unbedingt braucht. Insgesamt gibt es davon mehrere Dutzend. Mein letzter Stand war sowas um die 30 rum. Und die kann man gar nicht alle so im Detail kennen, sondern man muss halt schauen, welche man so braucht. Die Kernkomponenten sind aber wie gesagt nur sechs, sieben Stück. Ich habe die auch hier mal auf eine Folie genommen und wollte zumindest kurz zu jeder was sagen, was die sind. Einfach damit man auch mal ein Gefühl dafür hat, wie dieses OpenStack zusammenarbeitet. Das heißt, die Kernkomponente könnte man sagen, ist die Compute-Komponente Nova. Das ist Nova, die Komponente, die letztendlich also virtuelle Maschinen verwaltet, die für das Deployment von virtuellen Maschinen zuständig ist, die verschiedene Hypervisor verwaltet, die das Scheduling macht und die alles andere an Ressourcen so an die virtuellen Maschinen dranflanscht, sage ich mal. Eine andere Komponente wäre die Networking-Komponente Neutron. Neutron ist eben für sowas da wie virtuelle Netzwerke, DHCP-Agents, die da laufen und IP-Adressen verwalten und so weiter und so fort. Dann haben wir Cinder als Block-Storage-Komponente. Das heißt auch wieder so ein Ding, was wir getrennt davon zur Verfügung stellen wollen, sind also einfach Block-Storage-Devices oder Volumes. Das heißt virtuelle Festplatten, die da auf irgendeinem Storage-Backend liegen können und das verwaltet eben Cinder. So ein bisschen von der Technik her in eine ähnliche Richtung geht Glance als Image-Service. Das heißt technisch gesehen ist das, was man als Image versteht in OpenStack auch nur ein Block-Device, allerdings eben mit einem fertig vorinstallierten Betriebssystem. Das kennt man vielleicht auch so. Das heißt, hier sind da einmal Block-Storage-Devices als Volumes, die man dynamisch anklemmen kann an die virtuellen Maschinen oder abklemmen kann. Und unter Glance die Images, also auch wieder Block-Devices mit so einem fertig installierten Betriebssystem, woraus man dann quasi eine virtuelle Maschine erstellen kann. Das heißt, die einmal auf den Hypervisor kopiert werden beim Erstellen von der virtuellen Maschine und dann dort genutzt werden. Gut, was hätten wir noch? Ein Object-Storage, den Swift gibt es noch, wo man also einfach Dateien reinwerfen kann, die da als Objekte, als Blobs einfach gespeichert werden. Das ist auch schon wieder etwas, was eher optional ist, was man nicht unbedingt als Kernkomponente sehen muss. Sehr zentral dafür die Identity-Komponente Keystone. Das heißt, da wird Autorisierung, Authentifizierung erledigt. Außerdem ist Keystone auch die Komponente, die quasi weiß, welche anderen OpenStack-Komponenten da sind und unter welcher API sie erreichbar sind. Also das heißt, letztendlich den URL von den ganzen anderen Komponenten findet man auch in Keystone im Identity-Service. Und hier oben noch so ein bisschen verloren, das Dashboard Horizon. Das heißt, das Ganze hat auch noch ein hübsches Web-Interface. Okay. Die verschiedenen Komponenten in OpenStack sind weitestgehend austauschbar. Das heißt, die kommunizieren miteinander, untereinander nur über API-Calls. Zum Beispiel hat man relativ häufig die Situation, dass man anstelle von Swift einfach Ceph benutzt. Ceph kennt ihr vielleicht auch, die eierlegende Wollmilchsau aus der Open-Source-Storage-Welt. Implementiert unter anderem diese Swift-API und kann da an der Stelle einfach eingesetzt werden, anstelle von dem Original-Swift. So, das nur grob zum Aufbau von OpenStack. Also stark modular, für alles eine eigene Komponente. Und dann auch noch ein Wort zu Kubernetes, wobei das, wie gesagt, für mich auch nicht mein Kernthema ist, sondern was, was ich eher so am Rande immer mal wieder mitarbeiten darf. Das heißt, hier geht es um Containerorchestrierung. Das heißt, genauer genommen die Orchestrierung von Applikationscontainern. Applikationscontainer ganz grob. Das ist das, was man halt so meistens als Docker-Container kennt. Das heißt, man hat auf einem Linux-Host, auf dem Container-Host, hat man quasi einzelne Prozesse, die denken, sie wären alleine. So könnte man das grob zusammenfassen, was ein Container ist. Das heißt, der Container oder dieser eine Prozess, der in diesem Container ist, der kriegt irgendwie ein eigenes lokales Dateisystem, wo er nicht rausspringen darf. Er kriegt irgendwie verschiedene Namespaces vom Kernel zugewiesen, was Netzwerk angeht, sodass er nur seine eigenen Netzwerkressourcen sieht und so weiter und so fort. Und kann eben entsprechend auch andere Prozesse auf dem System nicht sehen. Das heißt, es ist so quasi eine etwas leichtgewichtigere Form von Virtualisierung. Also das so grob, was diese Applikationscontainer sind. Und die bieten zahlreiche Möglichkeiten. Ich denke, da können andere noch viel mehr Schönes erzählen. Unter anderem bieten sie eben auch die Möglichkeiten, dass man noch was oben draufsetzt. Zur Orchestrierung, zum Beispiel Kubernetes. Das heißt, man definiert nur noch, ich möchte irgendwie so und so viel mal diesen Container gestartet haben und so und so viel mal diesen. Und die sollen so und so miteinander interagieren. Braucht es nur noch so einmal definieren und hat dann irgendwie so ein Cluster. Und Kubernetes kümmert sich automatisch darum, guckt immer wieder, sind noch genug Kopien von dem und dem Container da und so weiter. Und startet es automatisch neu und verbindet das eben entsprechend automatisch. Das heißt, Kubernetes ist ein sehr cooles Tool. Es gibt da noch Alternativen, aber Kubernetes ist im Moment so das am meisten Gehypte, glaube ich. Das ist im Moment so der coole Shit aus der Richtung. So, ebenfalls unter der Apache-Lizenz, ach genau, und was ich hier noch dazu genommen habe, um noch ein bisschen Buzzword-Bingo zu spielen. Das standardisierte Deployment von Microservices ist quasi das Ziel dahinter. Also Microservices ist so eine Art von Architektur, wo man nicht mehr ein großes Programm hat, sondern möglichst das Programm versucht in ganz viele kleine Programme zu unterteilen, die jeweils nur eine feste Aufgabe haben, also quasi so eine Art von Software-Architektur. Man hat eben viele kleine Dienste, die nebeneinander laufen und diese Dienste packt man dann wiederum in einen Applikationscontainer und Kubernetes kann das Ganze dann dynamisch über die ganzen Server verteilen in seinem Cluster. So, das heißt, Kubernetes besteht aus Mastern und Nodes. Also Master mindestens einen, der das Ganze steuert, kann aber auch hoch verfügbar mehrere nebeneinander sein mit einem Loadbalancer davor. Und dann gibt es die Nodes, das sind eben entsprechend die Container-Hosts, wo das Ganze dann drauf läuft. Das heißt, in unserem Beispiel werden sowohl Mastern und Nodes dann virtuelle Maschinen in einem OpenStack-Cloud sein. So, und ein Cluster im Sinne von Kubernetes ist eben so eine Ansammlung von Mastern und Nodes, die gemeinsam verwaltet werden von einem Service. Genau, besteht aus Nodes, Mastern und gegebenenfalls noch so einem AdCD, also einem Dienst, wo der Cluster-Status drin gespeichert wird. Aber das sind Implementierungsdetails, die uns da gar nicht so sehr interessieren, wenn man wissen will, wie Kubernetes funktioniert. So, und dann kommen wir da wieder ein bisschen weg und zurück zu OpenStack. Das heißt, die nächste Komponente oder die Komponente, die uns da als nächstes ein bisschen interessiert, ist HEAT. Was ist HEAT? HEAT ist eine Komponente in OpenStack zur Orchestrierung von OpenStack-Ressourcen. Das ist jetzt ein bisschen, darf man nicht verwechseln, gerade ging es um Container-Orchestrierung, jetzt geht es um Orchestrierung von OpenStack-Ressourcen, bis auf Orchestrierung hat das jetzt erstmal nichts gemeinsam. Nur, weil es jetzt direkt hintereinander kommt. So, was heißt das Orchestrierung von OpenStack-Ressourcen? Im Prinzip geht es darum, man hat relativ häufig die Situation, dass man gewisse Muster von, ich möchte eine virtuelle Maschine, die soll ein eigenes Netzwerk haben, die soll da noch angeklemmt sein und soll da vielleicht noch mit einem externen Netzwerk verbunden sein, soll vielleicht noch ein Volume haben, das so und so groß ist, was noch irgendwie extern gespeichert wird und dann hätte ich zusätzlich noch eine virtuelle Maschine gern, die das und das macht und so weiter und so fort. Also so eine etwas komplexere Zusammenstellung von Dingen, die man halt deployen möchte in so einer Cloud. Das hat man relativ häufig und das kann man dann mit so einem Dienst wie HEAT oder sowas, kann man das ein bisschen weiter automatisieren. Das heißt, man kann sich so ein Template schreiben, wo quasi genau drinsteht, welche Ressourcen möchte ich da deployen. So ein Template lässt sich dann noch parametrisieren. Das heißt, um nochmal gerade den Bogen zu schlagen, was wir natürlich später machen wollen, ist halt solche Kubernetes-Cluster deployen. Das heißt, wir haben hinterher so ein großes Template, wo quasi drinsteht, okay, ein Masternode sieht so und so aus und braucht das und das an Eigenschaften, ein Node braucht das und das an Eigenschaften und dann braucht man nur noch reinkippen, ich möchte so und so viele Master und so und so viele Nodes und der macht das dann automatisch und baut mir so ein komplettes Konstrukt auf. Also das ist HEAT, Orchestrierung von OpenStack-Ressourcen über Template-Files, die wiederum parametrisierbar sind. Der Aufbau, hier nochmal so eine kurze Folie, sowas nennt man dann einen Stack von Ressourcen, die man da deployt und diese Template-Files nennt man auch HEAT-Orchestration-Template oder kurz HOT, das heißt, da geht es einfach um die Syntax, die verwendet wird. Okay, und die nächste Komponente, wo es dann jetzt eigentlich ans Eingemachte geht, ist OpenStack-Magnum. Das heißt, OpenStack-Magnum ist jetzt die Komponente, die quasi HEAT benutzt, um einen Kubernetes-Cluster für uns fertig zu deployen. Und genau, darum soll es jetzt gehen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir da angekommen sind. So, ja, noch als Einschränkung, was ich hier auch habe, dieses zum Beispiel Kubernetes. Es gibt natürlich nicht nur Kubernetes als Cluster-Orchestration-Engine, sondern da gibt es auch noch Docker-Swarm oder Mesos oder sowas. Wir haben halt in dem Beispiel Kubernetes. Aber das nur nebenbei. Gut, also wie funktioniert das? Startet also irgendwelche virtuellen Maschinen oder man kann auch Bare-Metal-Server über OpenStack verwalten lassen und direkt deployen, aber wir gehen jetzt einfach mal von virtuellen Maschinen aus, die da gestartet werden und erstellt noch irgendwelche Netzwerk-Ressourcen, die drumherum halt noch gebraucht werden und installiert dann gegebenenfalls eine Cluster-Orchestration-Engine, wenn die nicht sowieso schon dabei ist, in diesem Image, was wir verwenden wollen und macht dann so Basiskonfigurationen von diesen virtuellen Maschinen, damit es quasi so ein fertiger Kubernetes-Cluster ist. Magnum ist ein Cluster, wieder die Entsprechung, was in Kubernetes ein Cluster ist, das heißt mehrere VMs mit gewissen Netzwerk-Ressourcen und einer Container-Orchestration-Engine drauf. Ein einfacher Cluster in OpenStack-Magnum könnte so aussehen, das ist jetzt oben nicht abgeschnitten, weil es sonst zu klein geworden wäre, sondern weil das Feld im OpenStack-Web-Interface zu klein war, das heißt OpenStack-Web-Interface konnte schon gar nicht mehr alle Komponenten anzeigen. Und hier muss man noch sehen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, diese beiden dicken Dinger hier, das sind quasi auch nochmal Resource-Groups, das heißt, wenn man da noch näher reinzoomt, die bestehen halt auch wieder aus ganz vielen verschiedenen OpenStack-Ressourcen. Das heißt, an diesem Beispiel sieht man halt, warum man das gerne nicht manuell alles jedes Mal, wenn man ein Cluster braucht, erstellen möchte, sondern warum man so ein dickes Template verwenden möchte. Ups. So, zurück. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Okay. Es gibt noch den Begriff des Cluster-Templates. Cluster-Template ist jetzt leider nicht einfach ein Heat-Template, was für Cluster verwendet wird, sondern heißt natürlich nochmal was anderes. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Ein Template, ein Cluster-Template in Magnum ist jetzt einfach nur quasi eine Voreinstellung von gewissen Parametern, mit denen wir später so ein Cluster definieren wollen. Also das heißt, in einem Cluster-Template steht dann drin, welche Orchestration Engine wollen wir verwenden. Da steht sowas drin, wie welches Basis-Image, also quasi welche Linux-Distribution letztendlich wollen wir da verwenden. Und genau, man kann auch sowas wie ein SSH-Key, also ein Public-Key da noch hinterlegen und sowas. Das ist hier in dem Fall ein Cluster-Template. Das definiert man immer zuerst und dann erstellt man aus diesem Cluster-Template ein Cluster. Und dieser Cluster ist dann so ein fertiger Heat-Cluster. Gut, und ein weiterer Begriff, wir nähern uns langsam dem, worum es eigentlich geht, das sind die Cluster-Treiber. Und die Cluster-Treiber ist jetzt, sage ich mal, das bisschen Code, was die Verbindung herstellt quasi zwischen OpenStack und dem zu deployenden Cluster. Das heißt, ein Cluster-Treiber ist immer zuständig für eine Orchestration Engine auf einem Basis-Image und entweder für Bare-Metal-Server oder virtuelle Maschinen. Das heißt, man hätte quasi einen Cluster-Treiber für Kubernetes auf Fedora Atomic auf virtuellen Maschinen. Das wäre so ein Cluster-Treiber und ein anderer könnte dann sein für Mesos auf Fedora auf Bare-Metal oder irgendwie sowas. So, das sind Cluster-Treiber und letztendlich ist der Kern von jedem Cluster-Treiber ein Heat-Template, was ich eben schon gesagt habe, also so ein großes Template, wo drinsteht, wie so ein Cluster letztendlich aussehen soll, wie der deployed werden soll. Es sind noch so ein paar Sachen drumherum. Ein bisschen Python-Code ist noch drumherum gepackt und es sind noch einige Shell-Skripte mit dabei, die hinterher auf den virtuellen Maschinen ausgeführt werden, um quasi die Konfiguration da wirklich reinzubringen. Und diese Cluster-Treiber, das ist jetzt eben das, was uns interessiert. Das heißt also eigentlich, diese Cluster-Treiber, da steht drin, was passiert also jetzt, wenn ich so einen Cluster in Magnum auf Erstellen drücke. Das steht quasi in diesem Cluster-Treiber drin. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen doof gemacht, dass es halt relativ statisch ist. Das heißt, wenn man da was dran ändern will, wie zum Beispiel in unserem Use-Case auf ein anderes Fedora-Image das Ganze münzen möchte, dann muss man da eben manuell ran, muss dieses Heat-Template bearbeiten, muss in diese Shell-Skripte rein und so weiter. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen unschön gewesen. Oder was heißt unschön? Das ist halt die Art, wie es implementiert ist. Und da muss man dann halt an der Stelle ansetzen, wenn man es anders haben möchte. Genau. Ja, so wie ich es geschrieben habe, das entspricht nicht zwangsläufig den Kundenanforderungen. Ja, allgemeine Probleme, das ist eben so dieses, was ich gesagt habe, das Ganze ist sehr statisch und jeweils für eine Version von diesem Image geschrieben. Und wenn dann irgendwie eine neue Version von Fedora rauskommt und das OpenStack-Release ist halt schon draußen, dann ist das halt so. Und wenn sich da Sachen geändert haben, ob das jetzt Parameter sind oder Software, die installiert ist oder nicht, dann ist das eben nicht berücksichtigt. So, unsere konkreten Probleme, jetzt wird es vielleicht ein bisschen konkreter, waren, dass das Ganze auf Fedora 25 gemünzt war. Wir wollten aber gerne Fedora 26 nehmen als Grundlage für diesen Kubernetes-Cluster. Und das konnte man nicht einfach nur so umstellen, sondern da haben sich noch so ein paar Folgeprobleme ergeben. Und dann waren noch ein paar andere Sachen, die auch der Kunde gerne haben wollte und die einfach noch nicht so bedacht waren oder noch nicht implementiert waren von den Entwicklern von Magnum an der Stelle. Zum Beispiel gab es keine permanenten HTTPS-Proxy- und No-Proxy-Einstellungen, die wir aber für Docker brauchten. Und es gab keine NTP-Konfiguration. Das heißt, das mussten wir auch nachziehen. Und der Kunde hatte einen Self-Signed Root-CA. Und auch das war nicht bedacht worden, dass das vielleicht jemand mal machen möchte oder war eben noch nicht implementiert. Und auch das mussten wir dann noch manuell reinpatchen. Um zu wissen, wie man das Ganze implementiert, muss man sich zumindest mal kurz angucken, wie so ein Clustertreiber überhaupt aufgebaut ist. Das heißt, wir haben irgendwo im Quelltext von Magnum drin so einen Unterordner Drivers. Da sind die Clustertreiber drin. Und dieses Common ist, glaube ich, an der Stelle gar nicht richtig. Und dann ist da zum Beispiel ein Unterordner Kubernetes-Fedora-Atomic-V1. Und da sind dann gewisse Dateien drin. Und ich habe da mal so ein paar rausgesucht, die interessant sind. Wir gucken auch gleich nochmal in so ein Diff rein, was wir dann tatsächlich da geändert haben. So, vielleicht die zentrale Datei ist eben eine Python-Datei template-dev.py. Und in diesem Template-Dev. Was uns hier interessiert, ist eigentlich nur dieser Block. Da steht quasi drin, für welche Kombination stellt dieses Template das Template bereit oder so. Das heißt, hier steht quasi jetzt drin, In diesem Unterordner findest du Kubernetes auf virtuellen Maschinen auf Fedora-Atomic. So, das steht da jetzt. Und wenn ich jetzt mit Magnum ein Cluster-Template anlege, wo ich eben angegeben habe, okay, ich möchte Kubernetes auf Fedora-Atomic auf virtuellen Maschinen verwenden und dann auf Cluster erstellen drücke, dann durchsucht Magnum eben diese Klassen und guckt, okay, wo steht denn drin, Provides Server-Type-VM, OS, Fedora, Atomic, COE, Kubernetes und findest es dann. So, deswegen ist die Datei wichtig. Und ich muss hier mal ein bisschen um die Ecke gucken. Genau, und die zweite Sache, die da drin steht, ist eben der Pfad, wo letztendlich das HEAT-Template liegt. Das heißt, diese HEAT-Orchestration-Templates, das sind jeweils YAML-Dateien, auch da werden wir gleich nochmal reingucken. Und hier an dieser Stelle irgendwo in dieser Template dev.py, das ist eine relativ kleine Datei, das findet man, da ist eben definiert, wo dieses große HEAT-Template liegt. Dieses eine HEAT-Template, cube-cluster.yaml, definiert quasi letztendlich, wie dieser komplette Cluster aufgebaut werden soll. Und dazu sind in diesem cube-cluster.yaml nochmal Verweise auf andere HEAT-Templates, die quasi so eingebunden werden. Und außerdem dann Verweise auf die verschiedenen Shell-Skripte, die nachher auf den virtuellen Maschinen laufen sollen. So, diese cube-cluster.yaml, genau das, was ich gerade gesagt habe, sieht dann so aus. Hier haben wir, Moment, ich sehe das von hier schlecht, genau. Hier haben wir einen Auszug daraus, also so typisches YAML. Und zwar ist das hier eine Ressource, die hier definiert wird. Und zwar eine Ressource, die heißt cube-masters. Und diese Ressource ist vom Typ OS für OpenStack HEAT-Resource-Group. Das heißt, das, was ich eben erzählt habe, man kann also in so einem Template ganze Gruppen von Ressourcen definieren, die quasi nochmal aus einem anderen Template rauskommen. So, das heißt, wir haben hier eine Ressource cube-masters vom Typ Resource-Group. Und da steht dann irgendwo drin, hier, dass in der cube-master.yaml das Template wiederum für diese Ressource-Group drinsteht. Also das ist quasi so ein rekursives Template, was dann dadurch größer gemacht werden kann. Genau, hier ist einfach nochmal das gleiche Beispiel mit cube-minion.yaml. Das heißt, was ich eben als Master und Node erklärt habe, das ist hier als Master und Minion bezeichnet. Das heißt, wir haben im Prinzip diese drei großen YAML-Dateien, cube-master.yaml und dann diese beiden, auf die hier verwiesen wird, nee, Moment, cube-cluster.yaml und dann die beiden, auf die verwiesen wird, cube-master und cube-minion. So, also cube-master.yaml und cube-minion.yaml, da steht eben dann drin, wie der Master und der Minion-Node jeweils einzeln auszusehen hat und unter anderem steht da auch wiederum drin, welche Shell-Skripte eingebunden werden. Das ist jetzt interessant, es gibt einen weiteren Ressourcentyp, der heißt OS-HEAT-Software-Config und dieser Ressourcentyp Software-Config in HEAT, der lädt quasi Shell-Skripte nach, die beim Erstellen von der virtuellen Maschine nacheinander ausgeführt werden. Und das wird hier eben auch verwendet, um die Konfiguration innerhalb der virtuellen Maschine letztendlich zu setzen. Das heißt hier das Beispiel configure.etcd, also dieser Dienst, den ich eben schon erwähnt habe, wo der Status vom Kubernetes-Cluster immer drin steht, der wird hier konfiguriert über eine Datei configure.etcd.sh. So. Genau, zum Ordnerpfad sage ich gleich auch nochmal was. Und zwar jetzt. Gut, weil es nämlich jetzt sowieso um diese Dateien geht, habe ich mir überlegt, dass ich da direkt mal das DIV zeige. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, da sind wir noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier mit der Größe von der Schrift ist. Ich glaube nämlich, die ist in der aktuellen Einstellung etwas klein geraten. Ist das richtig? Ja. Genau. Ich ziehe es gerade nochmal rüber, dann kann ich das schneller umstellen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, das auf einem Beamer zu testen. Ja, genau. Ich wollte es gerade nur hier schnell umstellen. Ah, gut, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich kann die Schriftgröße von den einzelnen DIVs in Meld umstellen, aber nicht die Schriftgröße von der Ordnerauflistung. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich dachte, das wäre die Schriftgröße für alles. Aber diese Schriftgröße ist jetzt groß genug, oder ist sie immer noch ein bisschen klein? Ja, das ist ein bisschen klein. Okay. Wenn man es später auf dem Video sieht, dann kann man ja nochmal stoppen und ranzoomen. gut, dieser Ordneraufbau hier, den sieht man jetzt leider nicht so schön. Vielleicht springe ich dann nochmal kurz auf diese eine Folie zurück, wo ich gesagt habe, zum Ordneraufbau, zur Struktur möchte ich dann kurz auch noch was sagen. Nämlich geht es darum, hier wird eine Datei eingebunden, zwei Ordner hoch und dann unter Common Templates, Kubernetes und so weiter, wird das Ganze eingebunden. Der Hintergrund hierfür ist, oder warum ich darauf extra eingehen möchte, wir hatten hier jeweils so einen Unterordner für diesen einen Magnum-Treiber und es gibt da noch einen Unterordner, der halt so gewisse gemeinsame Dateien, die von allen verwendet werden, so zentral speichert. Und in anderem sind diese ganzen Skripte halt jetzt nicht für jeden einzelnen Cluster-Treiber individuell angepasst, sondern die benutzen mehr oder weniger die gleichen Skripte. Es sei denn, man hat eben da spezielle Anforderungen. Und das wollte ich eben deshalb sagen, weil man da durchaus die Möglichkeit hat, das eben dann bei der Implementierung zu berücksichtigen und zu sagen, okay, unser Cluster-Treiber für Fedora benutzt jetzt ein anderes Skript als unser Cluster-Treiber für CoreOS oder irgendwas anderes. Aber es verliert so ein bisschen seinen Effekt, wenn ich das jetzt so erzähle, statt auf dem Diff zu zeigen. Gut. Springen wir dann doch mal ins Diff rein. Die erste Datei ist die cube-cluster.yaml. Das heißt, die cube-cluster.yaml die Datei, die quasi das zentrale Heat-Template ist, das auch den Rest dann rekursiv einbindet. An dem Diff sieht man, dass wir hier nicht viel verändern mussten. Das heißt, was wir da verändert haben, ist im Prinzip nur die Kubernetes-Version, die zu verwenden ist, nämlich die, die in diesem neueren Fedora drin ist. Warum ich diese Datei aber trotzdem noch mal zeige, ist, um noch mal dieses Nachladen von den einzelnen Ja? Ach so. Ja, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Also das Diff ist zwischen dem Stand Vanilla OpenStack in Newton auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Anpassung, die wir gemacht haben, um auf die Kundenwünsche zu reagieren. Genau. Ja, und in dieser Datei, diese Hauptdatei, war wie gesagt die einzige Anpassung, die wir machen mussten, die Kubernetes-Version anzupassen. So, was ich aber dann nochmal zeigen wollte, ist diesen Ausschnitt eben von der Folie. Also hier werden quasi diese anderen Templates noch eingebunden. Also einmal kubemaster und dann kubeminion. Und es werden noch einige Parameter hier übergeben. diese Parameter, die werden dann später als Umgebungsvariablen gesetzt, damit die Skripte quasi darauf zugreifen können und anhand dessen die Konfiguration anpassen. Okay. So. Ich ziehe das nochmal gerade runter und mach es mal weg. So, was war ein Problem, was wir mit dieser Umstellung auf das Fedora 26 statt Fedora 25 hatten? Ein Problem war, dass sich was in Docker geändert hat. Und zwar hat Docker ab Version 1.13 irgendwas steht in meinen Notizen, hat etwas geändert, nämlich die Default Policy für die Forward Table im IP Tables. Das heißt, bei der Firewall-Konfiguration war das vorher so, dass es Default war, dass alles durchgelassen wird, was quasi nicht explizit anders benannt ist. Und jetzt wird es so konfiguriert, dass Default-mäßig alles wegfällt. Also jetzt in Docker. Das heißt, Docker konfiguriert normal IP Tables, die Firewall-Regeln. Und das ist ein bisschen ein Problem, oder das ist ein Problem, über das nicht nur wir gestolpert sind, weil Kubernetes eben davon ausgeht, dass das nicht so ist. Das heißt, Docker und Kubernetes auf Fedora 26 haben sich am Anfang da ein bisschen gebissen. Und unser Workaround an der Stelle war, also Workaround klingt so ein bisschen, als wäre das nur so da reingehackt. So würde ich es gar nicht bezeichnen. Aber was wir da halt dann verändert haben, damit es für uns wieder funktioniert. Ähm, Moment. Genau. Dieses hier, ja, ist doch ein bisschen brutal reingehackt. Ich ziehe das hier mal rüber, damit man mehr von der Zeile sieht. Also rechts die aktuelle Version, die interessiert uns ja. Diese zwei Zeilen sind hier dazugekommen. Ich weiß nicht, wie fit ihr mit Kommandozeile SED seid. Was hier gemacht wird, ist letztendlich, dass in der Datei etc. sysconfig.docker, wo irgendwelche Variablen für Docker gesetzt werden, hier unter Options, also die Parameter, die dem Docker-Demon mitgegeben werden, beim Starten geändert werden. Das heißt, letztendlich haben wir nur diesen einen Parameter hinten hinzugefügt, also IP-Tables gleich false. Das heißt, wir sind da ein bisschen mit der Brechstange drangegangen und haben gesagt, okay, Docker macht mit IP-Tables nicht das, was wir wollen, dann hat Docker, lässt halt IP-Tables in Ruhe und wir machen das selbst. Ja, wie gesagt, war ein bisschen mit der Brechstange, aber es sollte eben funktionieren und es sollte möglichst nicht allzu viel Zeit dauern, bis es dann funktioniert. Das heißt, was wir da gemacht haben, wir haben Docker gesagt, lass IP-Tables in Ruhe und wir setzen jetzt die Default-Policy auf Accept anstelle von Drop, wie sie vorher war. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mit der Brechstange vorgeht, dann führt das natürlich zu weiteren Problemen und wir hatten auch ein weiteres Problem, was sich daraus dann ergeben hat, nämlich dass Docker da auch das Masquerading im IP-Tables einstellt, das heißt letztendlich die Art und Weise, wie Docker-Container mit der Außenwelt kommunizieren über eine gemeinsame IP-Adresse. Das heißt, die IP-Tables-Regeln dafür hat Docker normalerweise auch eingestellt, wie diese Container nach außen kommunizieren können und die sind natürlich jetzt weg, wenn wir Docker sagen, der soll von IP-Tables die Finger lassen. Das heißt, da mussten wir dann auch wieder was ändern. Glücklicherweise kann das auch der Dienst, der für Kubernetes das Networking macht, das ist nämlich der Flanel-D, wie auch immer das richtig ausgesprochen wird, das ist ein Dienst, der quasi das Overlay-Networking für Kubernetes macht und dem kann man auch einfach sagen, dass er das tun soll. Jetzt muss ich kurz schauen, welche dieser Dateien die richtige war. Minion-Network-Config, genau. Das heißt, in einem anderen Shell-Skript, was hier auf unseren Servern ausgeführt wird, haben wir also dann auch so was eingebaut. Das heißt, auch wieder mit SED eine Konfigurationsdatei angepasst, nämlich diesmal etc. sysconfig flanel-d und haben auch wieder die Zeile angepasst mit den Kommandozahlen-Parametern, die mit den Kommandozahlen-Parametern, die übergeben werden an diesen flanel-d und in dem Fall haben wir einfach diesen Parameter hinzugefügt, IP-Mask, das heißt das Masquerading, was vorher Docker gemacht hat und was wir hier brauchen, damit die Container nach außen kommunizieren können, das wird jetzt hier vom flanel-d übernommen. Das war die eine Sache, die an der Stelle ein bisschen gestört hat. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt diese Farbe geändert habe. Gut, egal. Und die zweite Sache war, dass Docker und Kubernetes sich in einer weiteren Sache nicht ganz einig waren, und zwar, was sie als C-Group-Driver verwenden möchten. C-Group oder Control-Group in Linux, wer das vielleicht kennt, das ist ein Konzept, mit dem man quasi Ressourcen kapseln oder zuweisen kann, um es mal ganz einfach zu machen. Also man kann Prozesse quasi in diese verschiedenen Gruppen einordnen und dann haben die halt nur so und so viele Ressourcen. Das ist zumindest so der einfachste Anwendungszweck und dafür wird das in der Container-Welt auch vor allem benutzt, um quasi Ressourcen zu kapseln für die einzelnen Container. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man, oder mindestens zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Einmal kann man diesen C-Group-Baum als Dateisystem einhängen und kann dann direkt in diesem Dateisystem Dateien ändern. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, dass sowas in Linux geht, dass man Dateien ändert und im Hintergrund verändern sich quasi Kernel-Parameter oder man verändert damit was am laufenden System. Das ist die eine Möglichkeit, das nennt sich dann C-Group-FS für File-System und die andere Möglichkeit ist, dass man das ganz cool einfach Systemd übergibt, weil Systemd das Ganze viel komfortabler macht. Also das sind so die zwei Möglichkeiten und in Fedora 26 zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir es da benutzt haben, also in dieser Image-Version, die wir benutzt haben, waren sich da Kubernetes und Docker nicht ganz einig. Das heißt, der eine hat es mit C-Group-FS machen wollen, der andere mit Systemd und die sind sich dann in die Quere gekommen. Das heißt, das ist auch eine Sache, die wir geändert haben. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, in welcher Datei das war. Zum Beispiel wieder in dieser Master-Datei, genau, schon in der Zeile hier oben drüber. Wir geben hier dem Kubelet, diesmal Argumente mit Kubelet, ist der Dienst von Kubernetes, der auf den Nodes läuft und wir geben hier dem Kubelet als Parameter dieses hier mit, C-Group-Driver soll das Systemd verwenden. Das heißt, das ist das, was Docker an der Stelle in der Version auch macht, damit die sich an der Stelle nicht beißen. Also, hier irgendwie eine eher kleine Änderung, die zum Glück gereicht hat. Okay. Was waren noch Sachen? NTP hatte ich eben erwähnt, dass da nichts vorgesehen war von den ursprünglichen Entwicklern. Jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken, da sind zwei Sachen reingekommen und deswegen der zweite Teil interessiert uns jetzt noch nicht, sondern dieser erste Teil, wie gesagt, die Art, wie wir diese Images weiter oder die virtuellen Maschinen weiter konfigurieren können, sind erstmal nur Shell-Skripte, das heißt, man muss auch so damit arbeiten, wie man halt mit Shell-Skripten irgendwelche Sachen verändern kann, wie zum Beispiel Konfigurationsdateien und in dem Fall benutzen wir hier den TimeSyncD, also den NTP-Dienst von SystemD quasi, um NTP-Synchronisation durchzuführen. Das heißt, wir schreiben einfach eine Konfigurationsdatei nach ETC-SystemD, TimeSyncD, wo wir einen NTP-Server und einen Fallback-NTP-Server definieren. Diese beiden IP-Adressen habe ich natürlich geändert und dann starten wir und enablen diesen Dienst mit SystemCTL. Also das, sage ich mal, eine eher kleine Änderung, eine eher leichte Änderung, was jetzt nicht so viel Gehirnschmalz gekostet hat. Eine andere Sache, die wir auch noch eingebaut haben, war dieses Self-Signed SSL-Zertifikat. Das heißt, unsere Server sollen das Zertifikat hier bekommen. Ja, genau. Das ist dann dieser Teil. Da lösche ich gerade mal den ersten Teil. So. Das heißt, hier auch wieder was auf den Minions und den Mastern gemacht wird. Wir hatten hier dann einfach das Zertifikat quasi komplett einmal reingeschrieben. Das wird in die Datei etc. pki ca.trust source anchors irgendwas .de und so weiter wird das reingepackt. Also das ist einfach so der typische Weg, wie man das auf Redhead-Systemen macht, wenn man manuelle Self-Signed-Zertifikate nachrüsten möchte auf seinen Servern. Man erstellt so eine Datei und packt da das Zertifikat rein und lässt danach User-Bin-Update ca.trust einmal laufen. Das heißt, damit haben wir dieses root.ca, dieses Self-Signed-Zertifikat schon mal auf den Servern drauf. Jetzt möchten wir das Ganze allerdings auch noch in den Containern selber haben, die wir hinterher da laufen lassen, damit Kubernetes darauf zugreift. Und das ist dann in welcher Datei? Sekunde. Sekunde. in der enablecubepodmaster.sh das heißt, hier ist eine Definition quasi von den Containern, die wir brauchen. Und da ist einfach noch ECC-PKI, also dieses Verzeichnis, Entschuldigung, also dieses Verzeichnis, wo wir das Zertifikat abgelegt haben, wird jetzt quasi einmal durchgereicht an dieser Stelle, damit es quasi in den Containern verfügbar ist. So, ich trinke gerade nochmal einen Schluck. So. Und eine Sache hatte ich noch erwähnt, nämlich, dass noch gewisse Proxy-Einstellungen gefehlt haben. Und zwar, was schon schön drin war, das heißt, das Grüne ist hier dazugekommen, also was schon schön drin war, ist die normale Proxy-Konfiguration. Was gefehlt hat, war die HTTPS und No-Proxy-Konfiguration. Es gibt ja diese drei Umgebungsvariablen, die so ein bisschen zusammengehören immer. Das heißt, einmal, wo finde ich den Proxy-Server für HTTP-Verbindung, dann, wo finde ich den für HTTPS-Verbindung und dann, wo darf ich ohne Proxy drauf zugreifen. Also diese drei gehören immer so ein bisschen zusammen. Und der erste, der normale Proxy, der ist hier schon schön mit drin gewesen. Das heißt, er wurde extra für den Docker-Service eine Proxy-Conf, also so eine Drop-In-Datei für die Unit-Datei von dem Docker-Service angelegt, wo das definiert wird. Und wir haben das dann einfach genauso für die anderen beiden Umgebungsvariablen auch gemacht. Das heißt, hier wird quasi einmal gesetzt, wo diese Dateien sein sollen jeweils und hier etwas weiter unten. Also wenn man sich hier diesen Teil anschaut, da sieht man quasi, was in die Datei reingeschrieben wird, also in die Datei, die oben als Docker-Proxy-Conf angegeben wurde, diese Drop-In-Datei. Da wird jetzt letztendlich wird das hier reingeschrieben, dass halt die Umgebungsvariable HTTP-Proxy auf die aktuelle Umgebungsvariable vom HTTP-Proxy gesetzt wird. Also das hier wird ersetzt quasi durch die aktuelle HTTP-Proxy-Variable, während das Skript hier läuft und das wird dann eben in dieses Environment reingeschrieben und in diesem Environment-Parameter, da stehen eben Umgebungsvariablen für den Dienst, den System-D da starten soll. Also das hier wie gesagt immer noch Erweiterung zu dem Unit-File, was quasi System-D verwendet, um den Dienst zu starten. Und in dem Fall wird also die HTTP-Proxy-Variable wird für den Dienst immer auf den Wert gesetzt, auf den sie gerade im Moment beim Ausführen des Skriptes, also beim Erstellen der virtuellen Maschine ist. So und das haben wir dann einfach genauso für HTTPS-Proxy gemacht und das haben wir genauso für No-Proxy gemacht. Danach einmal ein System-CTL Daemon-Reload jeweils, damit System-D die Unit-Files neu einlädt und ein System-CTL Restart, damit der Docker-Service mit den neuen Variablen neu gestartet wird. So. Okay. Ich würde sagen, dann kommen wir zum Teil. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, es war ein bisschen viel, es war auch ein bisschen sehr ins Detail. Ich habe trotzdem versucht, am Anfang noch so ein bisschen Grund über Umriss zu geben, deswegen war es vielleicht manchmal ein bisschen sehr komprimiert und sehr straight, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen mitgenommen. Gibt es noch Fragen? Ja? In dem Fall, den du vorgestellt hast, wie seid ihr da organisatorisch vorgegangen? Ihr hattet ja wahrscheinlich etliche Docker-Images auf diesem System am Laufen und die Punkte, die du vorgestellt hast, die ihr gefunden habt, dass sie nicht funktionieren, da muss man erst mal drauf kommen. Habt ihr es einfach versucht, irgendwie auf einer zweiten Instanz komplett aufzusetzen und zu gucken, wer alles auf die Nase fällt? Habt ihr da eigene quasi Test-Instanzen, mit denen ihr guckt, funktionieren bekannte Dinge noch so wie vorher, gegen Requirements geprüft oder wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr erkannt habt, diese Sachen mit dem Network-Time-Server da, das muss auch in Zukunft wieder funktionieren? Das war in dem Fall recht glücklich. Der Kunde hatte gerade erst Magnum eingeführt, das heißt, da war noch nichts, wo groß irgendwas schon am Laufen war, was nicht funktioniert hat, sondern wir konnten wirklich von vornherein einfach mit den Anforderungen, die wir haben, das einmal ausprobieren und haben direkt von Anfang gesehen, ah, das passt nicht, ah, das passt nicht, ah, das passt nicht. Wir konnten uns schon quasi, bevor die Umgebung live und produktiv war, da an den Fehlern entlang hangeln. Beim nächsten Mal wird das dann spaßig. Ja, das stimmt. Noch Fragen? Du hast so geguckt, ne? Okay, gut, gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. . ist so wie das Vielen Dank.